Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und herzlich und Herren natürlich auch und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Jump League und wie könnte es anders sein, ganz oft habe ich ihn dabei bei Minecraft Jump League German Let's Play. Hey, na, alles gut bei dir? Ne. Wieso nicht? Weil ich deine Stimme höre. Das ist ein bisschen aggressiver Einstieg in das Video. Da hättest du natürlich auch gleich die Leute ein bisschen gegen mich auf. Ich weiß nicht, ob das... Jetzt bin ich runtergefallen auch noch wegen dir. Na, fang nur neu an, komm. Jetzt bin ich auch noch runtergefallen wegen dir. Ja, ich fand die Begrüßung auch so ein bisschen... Da habe ich noch vergessen, weißt du, die war nicht so flüssig. Es ist ja auch noch am... Ich bin frisch aufgestanden. Du nicht? Ah, na! Ne, bin gerade runtergefallen und gestorben. Aber früh... Okay. Das ist nice. Das ist wirklich nice. Gehst du bei dir ab? Das ist die erste Runde Jump League seit in etwa einem Monat, habe ich mich informiert. Oh! Auf meinem Kanal. Aber... Wurde die letzte auch mit mir gespielt? Ne, die letzte war mit Paluten. Ich dachte auch, ich hätte wirklich hauptsächlich in meinem Live Jump League mit dir aufgenommen und bestimmt hast du da auch eine gewisse Hoheit bei den Runden. Aber die letzte war mit Paluten. Ja, ja. Da habe ich einen Toiletten-Talk gemacht. Ich weiß nicht, ob du die Expectations erreichen kannst. Wollen wir auch mal über Toiletten reden? Hast du denn eine? Ne. Ja, geh mal auf meinen Stuhl. Und? Also ja, dementsprechend habe ich eine Toilette, ja. Tut das dann nicht weh nach einer Zeit so, wenn du da auf deinen Stuhl machst? Also das reibt doch. Es wächst halt zusammen, ne? Die Haut mit den Exkrementen, das... Ja, geil! Ich bin mir sicher, jeder der jetzt... Soll ich dir mal ein Bild schicken? Schick mir mal ein Foto! Ich hoffe, ihr esst gerade, Leute. Das wäre so... Ja, ich dachte mir gerade auch so. Jemand, der sich jetzt gerade irgendwie irgendwas mit Hackfleisch reinzieht oder so. Das ist bestimmt super lecker und ganz, ganz Toil. Äh, da gab es mal eine Nip-Tack-Folge. Da gab es eine Frau, die hat, weiß nicht... Die ist seit ein paar Jahren nicht mehr aufgestanden und war dann eins mit der Couch. War geil. Eine... Moment. Also erstmal, was für eine Folge? Nip-Tack. Eine Art-Serie. Eine Art-Serie. Eine ziemlich coole. Ja. Eine Art-Serie, okay. Also aber fiktive logischerweise. Das besteht nicht auf realen Ferien. Ich kann mir vorstellen... Ne, vieles davon gab es mit Sicherheit, aber... Eine Frau, auf die mit einer Couch verwachsen war. Ja, weil die hat da immer reingekackt oder draufgekackt, ist nie aufgestanden, hat sie nicht mehr bewegt. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das im Amiland schon öfter gab. Das ist wirklich, Leute, das ist ein nices Thema heute. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch schon so ein bisschen würgen mussten. Nein! Oh Gott. Aber... Ne, doch Manuel. Da brauchst du jetzt nicht hineinschreiben. Ja, doch. Das ist schon... Ich finde, das ist so. Es gibt wirklich ein... Immer wenn ich hier spiele, gibt es irgendwelche neuen Module, die ich noch nicht kenne. Wie will ich hier spielen? Oh Mann. Ja. Das ist schon ein krasses Ding. Es ist Team Jump League. Das haben wir sicherlich noch nicht zusammengespielt. Deswegen, wir müssen nachher mal gucken, wie wir beide... Wie Oppi. Haben wir nicht? Als ob wir uns immer bekriegt hätten. Das kannst du mir doch nicht sagen. Wir haben uns bestimmt immer bekriegt. Ich weiß es nicht. Das war grad ziemlich dumm von mir. Oh ja. Du bist vor mir? Was? Oh ja. Bin ich? Scheinbar. Ja. Jojo! Tatsache. Ich bin auf dem zweiten Platz. Läuft ja gar nicht so schlecht. Was ist denn das denn? Ja, ich wollte einfach mal Jojo in den Chat schreiben. So um... Jojo! The Workbench! Bisschen Motivation am Morgen. Was willst du denn mit einer Workbench anfangen? Äh... Falls du Eisen hast oder so, kannst du hier was craften. Denk... Aber die gibt's auch teils in den Städten hier. Kannst du auch was craften. Denkst du dran, alles mitzunehmen? Ja, ja, ja. Weil wir ja zusammenspielen, damit man die Rüstung... Ich hab sogar zwei Goldbarren. Dann kannst du dir nachher irgendwie... Ich hab auch einen Goldbarren. Cool. ...ne Hole basteln oder so. Und ne Werkbank hab ich auch noch. Und ne Angel. Und es ist fassungslos. Nur noch kein Brustkanzel bisher. Du hast auch ne... Als ob du jetzt auch ne Werkbank hättest. Ja. Als Oppi-Oppi. Ja, Oppi-Oppi. Ich überhole dich gerade. Oppi-Oppi. Mundi-Mundi. Geili-Geili. Echt? Das ist mein Style. Nein! Was nein? Schon runtergefallen. Was nein? Manuel. Boah. Okay. Hab ich geschafft das Modul? Nice. Es läuft echt nicht auch zu schlecht. Bei mir läuft's gerade auch. Super. Dann werden wir das bestimmt auch haushoch gewinnen. Oh fe- Ey. Nicht hoch aus? Das war mal wieder ein Joke. Für den möchte ich dich einfach ganz fest drücken. Oh, ich dachte schon küssen. Schade. Schade. Das kann ja dann vielleicht danach passieren. Oh. Gradiert seine Fanfiction. Küssen mit German Let's Play? Frogzeichen, Ausrufezeichen, wassup? Mit der Überschrift, der heilige Kuss des German Let's Plays. Das ist German Let's Play. Das ist German Let's Play, Sata. Ja, wenn jetzt in der Aufnahme hier nichts explodiert, dann wird das tatsächlich der Titel, ne? Das hast du dir dann einfach eingebrockt. Ach nein! Oh nein? Ich... Ne. Schaffst du dieses Modul? Copyright. Schaffst du dieses Modul? Ich hab's schon geschafft. Bin ich vor dir? Ja, ich geh von... Oder nein? Ne, wer war ich denn nochmal? Wir sind alle bei... Ich bin Driffs, ne? Du bist doch auch bei Modul 8, oder? Ja, ja, vielleicht. Ja. Das ist dieses... Das macht mir keinen Spaß. Einfach. Alter, was ist das denn für ein Sprung? Der Vierersprung nach den Zaundingern. Boah, okay. Ich bin jetzt grad ganz gut dabei. Verdammt. Ja, ich bin auch einfach mit den Zäunern irritiert. Ey, was ist das denn? Ich krieg das nicht so gut hin. Die Zäune schaffe ich locker, aber... Lockerise. Der eine Sprung da. Der Vierersprung ist... Ne. Der ist tight, meinst du? Boah. Ich hab ihn geschafft, glaub ich. Der ist fresh. Ich hab ihn echt geschafft. Alter. Wenn ich jetzt konzentriert bleib. Ich bin an der Kiste. Ich hab sogar ein Magic Book bekommen. Mit XP Level. Das ist ja der Hammer. Danke, dass du immer wirklich mit diesem Enthusiasmus dabei bist. Ich rüst mich jetzt einfach schon mal spaßeshalber aus, weil ich Spaß dran hab. Ich bin zwar fast auf dem ersten Platz, aber... Hey! Du rennst jetzt vor. Oh, ich hab ein Brustpanzer. Boah, meine Nase juckt. Ja? Okay. Oh nein. Oh nein! Endepart bitte. Nein! Oh! Ich hab's gesehen. Wie dumm. Leute, das war... Und der andere ist immer noch vor uns. Das war fast schon wieder irgendeine Art von... Ich hab dich verholt. ...von Urschrei, ey. Bei Jump League oder bei Flash oder so, wenn ich da runterfall an gewissen... Vor allem das Geile ist... Ich glaub, äh, Davis, mein Nichtbewohner... Nein! Der ist heute Nacht heimgekommen und jetzt liegt er in einem... Der Schle... Hört... Hört einfach nebenan irgendwie... Geil! So halbe... Halbe Mords... Gelüste ablaufen. Aber das ist bei Jump League. Nochmal, Leute. Ja! Mama, guck! In 30 Sekunden geht's auch schon los. Wir müssen uns halt nur schnell finden. Wer bist du nochmal genau? Ah, du musst springen. Ich versteh's. Ich bin... Du bist... Drew, genau. Und ich bin der Cookie Man. Okay, zieh mich an. I am the Cookie Man. Okay, ich könnte deinen Eisenbrustpanzer definitiv gebrauchen. Dann bin ich full ironed, tatsächlich. Lol. Ey, ich hab auch so gutes Glück gerade. Ja. Also unfassbar. Unfassbar, Leute. Wenn wir diese Runde nicht gewinnen, dann wären wir wirklich schwache Leute. Hast du dir? Ne, leider nicht. Oh, schade. So, wo bist du? Ich such dich. Hinter dir, hinter dir. Hallo! Okay, dann nimm das mal hier. Direkt vom Tracker entfernen erstmal, ne? Nimm, 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 nimm. Okay. Ja, hab ich. Eisenbrust, hab ich. Okay, gut. Bin ausgerüstet. Wo bist du? Äh, warte mal. Hier nochmal ein bisschen. Konzentriert, guck mal. Hier kommen gerade zwei Leute angerannt. Oder? Okay, gut, 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 gut. Bleib konzentriert, bleib konzentriert. Gib ihm auf die Fresse ab. Ey, hast du mich gerade geschlagen? Ja! War keine Absicht? Doch war Absicht. So. Kriegst du ihn? Machst du ihn? Wie du mich gerade geschlagen hast. Okay, wir sind sehr, sehr gut im Team. Alter, easy get wrecked, ey. Wir machen uns einfach beide gegenseitig. Easy, easy. Okay. Äh, warte mal, nochmal ganz kurz hier reingucken. Hier, ich hab ne Angel für dich. Ich hab auch ne Angel, alles gut. Oh, hier. Der schießt mit dem Bogen. Ja, ja, das ist er. Schlag ihn, bitte. Schlag ihn. Schlag ihn. Oh, er tötet mich fast. Noch ein Leben. Oh! Ey, ich bin... Oh, wie ich mich da vorgestellt habe. Oh, 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 aufpassen, aufpassen. Ich renn weg, ich renn weg. Ich hab nur noch ein halb Leben, weil ich bin nie regeneriert. Weil ich keinen von den beiden Kills gemacht hab, weißt du? Äh, Hilfe, ich bin tot. Oh, ne, oder? Doch. Wurde er hingerichtet. Emmanuel, Emmanuel. Da bist du, da bist du. Hinter dir, hinter dir, hinter dir ist er. Da, äh, da hinter. Ja, ich seh ihn. Ey, wie leckt der denn? Der leckt richtig heftig. Warte. Der hittet dich aber auch ziemlich gut. Ich bin fast gut. Ich hab ihn, ich hab ihn. Alles gut. Alles gut. Das ist auch praktisch, weil jetzt ragge ich endlich mal anständig. Puh, okay, Leute, das ist... Das ist konzentriert hier. Eine spannende Runde. Eine spannende Runde. Ich hab auch vier Pfeile, aber die hebe ich mir so ein bisschen auf für... Abstaube. Hat er mich... Hat er mich alles ab? Ja, hat er. Kann man. Brauchst du essen? Er weiß wohl nicht, dass wir ein Team sind. Er weiß wohl nicht, dass wir ein Team sind. Brauchst du essen? Nee, nee, nee. Geht eigentlich. Geht, geht. Okay. Behalt die Spinnenweben. Die retten dir den Arsch. Und ich hab TNT. Komm mal her, komm mal her. Lass mal... Nee, warte mal. Lass mal lieber gucken, dass wir das irgendwie klug einsetzen. Das TNT. Wolltest du jetzt so eine Art Falle bauen? Ja, nee. Ist das eigentlich... Das ist auch eine neue Map, kann das sein? Da hinten ist die Action. Komm mit. Okay, lass uns in die Action springen. Ja, fast voll. Warte mal. Hier. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, okay. Oh, wie du da... Nice. Ich renne ihm hinterher. Schneid ihm den Weg ab. Okay, warte, warte. Ich seh ihn, ich seh ihn. Ich weiß, wo er rumläuft. Oh, ich bin falsch gelaufen. Ich bin tot. Ja, nice. Ich bin auch einfach falsch abgewogen. Da gab's keinen Weg. Das ist doch nicht wahr. Wie du mir einfach nicht hilfst. Hier, da gab's... Immanuel, du kannst doch nicht einfach wegrennen und denken, dass du irgendwo langkommst. Oh, sorry, sorry. Entschuldigung. Das war ich. Ich hab auch direkt reagiert. Aber guck mal, das war doch jetzt... Hast du ein Steinschwert? Ähm, nö. Also, ich hab kein Steinschwert für dich. Nee, 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 nee. Nee, ich hab eins. In der Hand hab ich eins. Ach so. Ich dachte, du brauchst eins, weil... War so wie bei Karten. Weißt du, hast du Pik Ass, hast du König Dame, hast du... Ähm... Da, da, da sind zwei, da sind zwei. Ja, der geht auch voll auf mich. Ich nehm den einen. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ja, ich versuch den anderen grad zu bashen. Ja, ich hab den anderen. Wo, 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 wo? Ach so, da, da war grad einer. Ach so, das bin ich. Denk ich mal. Weil ich hab ja den einen Platt gemacht. Hier gibt's ne Kiste mit allen möglichen... Mit zwei Dias, zwei Dias. Du kannst hier ein Dias-Schwert machen. Was? Oder wir können uns ein Dias-Schwert machen. Hast du Strecke? Ich hab ein Dias. Ich hab leider keinen Stick, nee. Oh, warte, vielleicht ist da... Verdammt, die Kiste. Ey, wenn jetzt ein Stick drin war, ne? Ich hatte noch nie, noch nie ein Dias-Schwert in Jump League. Ich aber. Und ich glaube, ich hab die Runde nicht gewonnen. Ich weiß es nicht. Krass. Hast du vielleicht noch irgendwas zu essen? Ich hab nur noch verortetes Fleisch. Ach so, ja, ja, klar. Hier, nimm. Gib mir den Ge-Esen. Oh, ja, geil. Oh, ja, geil. So. Alter, ich hab so viel. Hier, nimm. Du hast echt mega viel Essen. Du bist wie so ne laufende, wandelnde Päckerei. Also, mein Equip, ne? Ja. Aber ich hab nur noch ein Leben. Da gibt's noch einen, der hat auch drei Leben. Warum? Ich hab tatsächlich noch alle Leben. Aber wahrscheinlich immer nur, weil du dich vor mich geschoben hast. Ja, ich hab mich geopfert. Wie so ein Red and the Red German Lad Hero. Sehen sie mich? Da oben, der geht gerade hoch. Ja? Da hinten. Wollen wir da irgendwie... Ich kenn die Map auch gar nicht. Ich hab die noch nie gespielt. Ich hab die noch nie gespielt. Die scheint neu zu sein, Leute. Da, 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 da. Oh Gott. Okay, was machen die da? Das ist ein Team? Nee, die kämpfen. Oh, die kämpfen. Geil, 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 geil. Rein, rein, rein. Sofort rein. Spring rein. Hä? Spring hinterher, spring hinterher. Ich guck hier rein. Hallo. Kannst ihn töten, locker easy. Ja, hab ich locker easy gescheitert. Brauchst du einen Eisenhelm? Nee, ne? Nee, aber guck mal. Ich hab schon wieder Essen. Guck mich mal an, wie ich in dem geilen Gehweg hier drin stehe. Oh. Guck mich an, wie ich in dem geilen Gehweg hier drin stehe. Oh. Oh, du bist auch. Okay. Als ob wir nicht mehr rauskommen. Doch, oder? LOL. Nein. Kommen wir nicht. Warte, die Werkbank, oder? Vielleicht können wir damit ein bisschen... Ah, ja, ja, ja. Gut, gut. Ich hab auch eine Werkbank, stimmt. Komm, warte mal. Äh, okay. Nee, eigentlich nicht. Aber trotzdem, das war... Ah, so vielleicht. Warte mal. Nee, auch nicht. Hä? Haben wir uns jetzt ernsthaft beide... Ja, haben wir. Gratulation, ey. Man kann... Nee, kannst du nicht nutzen. Scheiße, als Oppi, Oppi in meinem Mundi. Kannst du mich... Du kannst mich hochbusten mit der Angel. Warst du das? Ja. Bust du mich mal hoch mit der Angel? Mach... Geht das? Ja, warte, warte. Du musst auch ein bisschen time, ja? Oh Gott. Ich hör ihn. Wie, du hörst ihn? Er ist unter uns. Ja, er ist unter uns. Ich hab ihn ja grad schon mit einem Pfeil abgeschossen. Er kommt jetzt, er kommt jetzt. Er kommt jetzt. Achtung. Da ist er. Da ist er. Oh Gott. Das ist echt eine... Sneak, sneak. Interessante Situation. Ja. Alter. Ist direkt vor dir. Ist direkt vor dir. Ist direkt vor dir. Ich seh es. Ich seh es. Das war der letzte. Ja, das ist wirklich... Der hat auch nur noch... Nee, zwei Leben hat er noch. Warte, booste mich hoch. Ein bisschen. Mach... Mach, mach, booste. Ja! Ich treff ihn. Hast du ihn getroffen? Bin dann bei der Mitte. Wir kommen hier nicht raus. Komm her. Er erwartet jetzt natürlich, dass wir... Wir kommen nicht raus. Quasi... Alter ist ob. Oh nein. Und der gewinnt. Wir müssen uns gegenseitig töten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nee, ich muss dich töten. Wenn du mich tötest, bin ich raus. Ich töte dich. Dann kommst du raus und kannst in die Mitte gehen. Hold leise. Der Delfin ist wirklich ein aggressive Dude. Okay. Jetzt... Muss ich ihn platt machen. Im besten Fall. Ja. Er steht auch immer noch da rum. Vielleicht überrascht ihn das so ein bisschen. Oder? Steht er immer noch da rum? Ich weiß nicht. Ja. Brenn einfach rein. Brenn einfach dumm rein. Ich seh ihn nicht. Ey, wie kann man denn so eine Lücke hier lassen? Wo ist er denn? Was ist das denn? Hä, wo ist er denn? In der Mitte? Keine Ahnung. Wo ist denn die Mitte überhaupt? Keine Ahnung. Ja geil. Gute Frage. Wahrscheinlich da. Okay, ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Okay, okay, gut. Ich weiß noch nicht wo er ist. Okay, da ist er. Bleib einfach in der Mitte. Töt ihn oder bleib in der Mitte. Ich versuche ihn zu töten. Er hittet mich, aber gut. Ich hab ihn. Ich hab ihn sehr, sehr knapp. Ich hätte noch einen Kill, also noch einen Hit von ihm und ich war down gewesen. Woah. Mann, 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 Mann. Schon mal Badgame an den Typen. Das war am Ende echt ne richtig komische Situation. Was ist das denn für ein Opfer gewesen? Ey, ganz im Ernst. Das war richtig, richtig strange. Also richtig strange, wie wir da in dem Käfig waren. Und dann musstest du mich, herzzerreißend, musstest du mich opfern, damit ich in die Mitte laufen kann. Und am Ende haben wir trotzdem beide überlebt. Ja, easy. Weil ich hab ja jetzt nur dadurch gewonnen, dass ich in der Mitte war. Du hast ja trotzdem noch in dem Käfig jetzt dein Dasein gefristet. Ja. Bis zum Ende deiner Tage. Leute, das war's mit dieser höchst interessanten Runde Jump League. Ich muss schon sagen, das hat funktioniert mit dir als Team, war aber irgendwie sehr chaotisch. Weißt du, das war sehr... Ein bisschen, ja. War sehr rough. Wenn du dann auch einfach nicht zur Rettung kamst, fand ich geil. Das war mein Favorite in diesem Part. Wollen wir mal nicht weiter diskutieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Checkt auch den Emanuel aus. Der macht Beauty, Fashion, Vlogs, Hauls und Follow Me. Ja, ich zeig euch meine Maske. Er zeigt euch seine Maske und wie ihr sie am besten poliert. Link steht in der Beschreibung. Tschüsschen.